ja dann gehen wir erst mal wieder zurück jetzt weiß ich nicht da kann ich jetzt auch was machen was habe ich denn bekommen kräuter kann ich dir die geben aber hier soll ich was machen da ist ja auch noch etwas habe ich irgendwas zum saubermachen ja ich habe hier ein fächer aber die fahne ok da wäre doch den helm sehr gut helm der wache supi hier hast du dein helm du hast aber schon vorher das tor bewahrt in dem sinne auch ohne helm you can pass by now i have a helmet was für eine tolle feststellung aber ok danke dass wir jetzt endlich passieren dürfen alpatros baracke ja supi dann wird da wo der könig gleich sein irgendwo ok der herd ist heiß das heißt wir können das wasser hier kochen und die zutaten empfehler hat die kräuter und auch vielleicht die magischen sam was sind noch ich brauche ein tee kräuter und einen behälter für den tee ach so jetzt bräuchte einen behälter da brauchen wir die magischen samen bestimmt ne jo und die blüte sieht schön aus leuchtende blume ok dort in der erde glitzert etwas dann benutzen wir halt den sieb was haben wir da jetzt bekommen mosaik stücke ok kann ich hier sonst irgendwie was mitnehmen nö ok dann gehen wir mal zur waffenkammer dafür brauchen wir einen schlüssel denke ich mal ja auf diesem bild lächelt er können wir das bild einfach so mitnehmen cool porträt des lächelnden königs nein ich wollte nicht zurück ich wollte hier das tagebuch öffnen das ist es so sollte er eigentlich aussehen ich glaube ich sollte ihn im wahrsten sinne des wortes zum lächeln bringen ok aber darf ich jetzt mal gucken naja da brauche ich die mosaik stücke ne ah jo diese zwei bilder sehen gleich aus es gibt aber feine unterschiede ich muss alle finden ok dann wollen wir doch mal vergleichen und ich glaube ich fange von oben an da war ein grüner stein und hier war kein grüner stein so wo noch ach ne dann war das hier der schnabel ok ähm da ist ne lücke ist hier bei den flügeln irgendwie was ja das hier ne ja so dann das teil hier da ja und am bein jawoll alle unterschiede gefunden ah ja dachte ich mir schon fast dass wir da wieder ein wimmelbild freischalten ne drachen statuette armbrust spritze ton top flachmann tasche schnabel spritze so schnabel schnabel und ich will dass er ein schnabel für ramm Blumenbrust. Die ist da. Eine Spritze. Die ist da. Ein Tontopf. Da. Ein Flachmann. Huh. Da. Eine Tasche. Die habe ich gerade wahrgenommen. Genau, da. Zwei Speerspitzen. Da muss ich irgendwie was machen. Aber was? Das war eine. Speerspitze. Aber was muss ich jetzt bei der zweiten machen? Das ist eine gute Frage. Achso. Einfach nehmen. Okay. Ein Lederbeutel. Ähm. Da. Ein Hammer. Oh Gott. Die sind auch manchmal fies versteckt. Da. Ein Kerzenhalter. Da. Eine Moskete. Nee. Ähm. Ja. Und Handschuhe. Wo sind die Sachen? Da sind die Handschuhe. Aber wo ist die Moskete? Die sehe ich gerade echt nicht. Hier oben vielleicht irgendwo? Hier oben vielleicht irgendwo? Ah, da. Gott. Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Die war aber gut versteckt. Und wir haben eine Kupfertasse. Ja, die können wir doch benutzen. Da haben wir doch einen Behälter. Genau. Genau. So, und jetzt. Ich muss ihn irgendwie abkühlen. Sonst dauert es zu lange. Ähm. Wie soll ich denn das abkühlen? Mit dem Fächer? Jo. Gut, da haben wir Tee. Gut. Ja, das können wir doch hier dem Sch... einem Spatzen geben. Sein Hals ist wund. Eine Tasse Tee würde ihm sicherlich verteilen. Ja, hier, bitteschön. Oh, ich kann wieder singen. Danke. Ja, bitteschön. Als Token meiner Gratitude eröffne ich euch eine Audience mit dem König. Der Spatz hat mir die Tür geöffnet. Und hat uns ein Ei gegeben. Vielen Dank. Hm. Moment mal. Ich gehe jetzt mal zum König. Thronsaal. Ein großer Raum für den Alpatros-König. Er hat eine beeindruckende Flügelspannweite. Oh. Oh, da haben wir einen Schlüssel. Super. Eisschlüssel. Der König ist traurig. Und er möchte nicht reden. Toll. Ich habe den Alpatros-König gefunden, aber er sieht recht deprimiert aus. Er will überhaupt nicht mit mir reden. Ich muss ihn irgendwie aufheitern, damit er mich zu Mewas Schloss bringt. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Dazu müssen wir erstmal wieder zurück zur Schatzkammer. Vielleicht da das Porträt aufhängen. Jawohl. Hm. Das ist das Bild, das ich brauche. Nun brauche ich einen Pinsel, damit ich dieses Bild ändern kann. Ach so. Ich brauche noch einen Pinsel jetzt. Äh. Leuchtende Blume. Die können wir doch hier bestimmt einsetzen. Jawohl. Und die leuchtende Blume, die schwebt. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, ein Ei fehlt uns hier leider noch. Aber ich glaube, ich weiß auch, wo ich den Schlüssel einsetzen muss. Äh. Moment mal. Das wird doch irgendwo hier, ne? Ja. Da. Genau. Ich mache erstmal das Ei hier auf. Genau. Und somit habe ich alle vier. Supi. Und machen auch noch zusätzlich das Bimmelbild. Okay. Hier ist nur vier Sachen. Okay. Morgensternkopf, Schulterpolster, geladene Pistole und ein Pinsel. Ein Morgensternkopf. Okay. Schulterpolster. Die sind da. Ja. Da haben wir die geladene Pistole. Da haben wir den Pinsel. Aber wo haben wir denn jetzt den Morgensternkopf? Das ist ne gute Frage. Ja. Das wäre aber ein Mini-Bimmelbild. Ein Pinsel. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Oder brauchen wir da jetzt auch noch Farbe? Nee, anscheinend nicht. Und? Gibt es uns jetzt wieder ein Elchen? Ja. Das wirkt schon fröhlicher. Mal sehen, ob das einen Effekt auf den Elchenkönig hatte. Ja, schauen wir mal. Na, so sieht das Bild doch viel besser aus. Gut. Dann geben wir hier erstmal die vier Eier und dürfen erstmal ein Rätsel machen. Diese Eier wären noch hübscher, wenn sie nicht durcheinander wären. Ich muss die Teile so einsetzen, dass die Farben zusammenpassen. Sie müssen auch richtig platziert werden. Die Verzierungen darüber könnten ein Hinweis sein. Okay. Also hier das mit dem Platzsymbol. Also das Rote würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ach, das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Und da haben wir es schon. Was haben wir dann bekommen? Spielsteine. Okay.